Läuft! Und bin es! Okay! Wunderlich erruft! Zehn Hütter danach! Das sah doch super aus, oder? Und noch ein! Auf jeden Fall, Finale wird Atletico gewinnen. Und Ronaldo... Stimmt nicht! Ist auf jeden Fall Ronaldo hier am Start. Guckt es euch nochmal persönlich an hier. Und ja... Viel Spaß beim Finale!